Alter zu wie viel siebt auf der map ja das wird witzig alter oh nein das licht hast du eine shotgun gesehen was zeig mal dort ist so wichser elegant elegant und eine shotgun ja die nämlich gern ich weiß aber ich habe richtig voll der mensch bekommen ich bin auch auf die drauf gelandet ich bin ich bin ich bin ich bin also ich darf ich hab noch nicht mal geguckt der detektor georg verfolgt mich die ganze zeit das mag ich ja was sie das war jetzt nicht so ganz auf plan oder soll das georg so gehen türen übrigens nicht auf ich räume gerade einfach nur ein bisschen den dachboden auf es ist so abgefahren dass man dann hier noch leute reden hört das ist ein koffer oder so eine tasche wäre geil wenn das so wäre wie ein hotel ach stimmt da war ja was oh warte warte kann der trader mal ganz kurz gleich den kronleuchter runterhauen nicht jetzt noch nicht ja noch nicht würde ich stehe unter dem kronleuchter also falls der trader bock hat alle gucken drauf und dann kann der trader beruhigt das ding fallen lassen das war ein bisschen risky gerade na komm na komm lieber trader mach mal alter ich hab grad so schiss ne ich hab grad einen flapper drunter das gucken alle gerade der trader rest ey und jetzt nicht jetzt nicht ja go nein alter jetzt oh wie geil weggebounced ok komm zum nächsten jungs oh mit licht aus wo ist der kronleuchter ich seh ihn nicht wegen dem ding stehe ich unter naja du siehst doch die lichter vom kronleuchter oder nicht nein weil ich das ding in meiner fresse hab achja ja natürlich was war das was war das grad für ein geräusch schuss ist grad wer verreckt bei mir ist max bei mir ist max ja nur ich dachte du stehst hier in der ecke und machst das licht an und aus deswegen jetzt wusste ich ja nicht ja ich dachte ich dachte ich hab's ok wer war das der hat druck geguckt so max der kam jetzt schon nochmal an jetzt wären die kronleuchter hier rum oder es ist jordan und der macht ja du war der erd er schießt er schießt er schießt er schießt ich hab küssen zerschossen äh oh ich hab warte komm mit 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 wenn ich tot hast du einfach genoskopet oder was ich hab mich einfach umgedreht und die ganze Zeit einfach geschossen hat ich hab meine shotgun übrigens im gang gedroppt und warte 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 kann es immer noch sein dass du den turm hast hast hier rein kann sein tatsächlich ja raus 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 weg da weg da achso ich dachte ich hier ups das war ekelig achke schon was ist das für ein groß ach so timerapper hat ist in der traitor gekommen hä das sind ganz normale wege achso das war trotzdem komisches geräusch meine shotgun ist weg chris kommt mir grad ein bisschen komisch vor achso das war deine shotgun achso alter hier war ich ja noch nie äh fehler fehler ich weiß nicht wie oft ich diese map schon gesp... aua oh ne hier buck man wie wo warst du noch nie im weinkeller ja ach so ey du komisch dieser komische revolver ne ich bin in der kiste ich bin in der kiste voll schnell dieser komische revolver man shoot any traitor kill a traitor shoot an innocent kill yourself ok dieser revolver element any traitor in one shot hier felix guck mal hier drin hallo schieße ich damit auch inno äh ja ja warte 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 ich schieße mal da rein ja genau mach mal gerade warte oder ich schieße gegen warte nein nicht so äh ach ja guck mal ich wusste nicht ob ich den schaden mache ah ne doch nicht schade leben noch alle leben noch alle ja ja aua lebe ich den wagen alter komm der schohle an chris ok 3 stell dich an stell dich an oh man kann wer das licht wieder an machen ich hänge ich mach euch licht ich mach euch licht ok chris 3 1 2 1 go oh baby gewinnt easy alter weg mit dem oh alter ich hab übrigens ne huge alter was soll ich mit dem scheiß chris hat mir meine shotgun gepult deswegen die lag aufm boden oben ne also ja ich hab die aber aus sicherheitsgründen weggedroppt äh das ist alles zu buggy hier nur kurze frage ja siehst du meine AP oder alter alter ok ich glaube jetzt ist chris stopp die wieder hin ja und jetzt hebe ich wieder ne neue auf brauchst du ne diegel ich hab eine ok ist zwar nicht chris ich will damit der MP7 bist stopp die auch weg anna wer liegt da eigentlich in ner badewanne basti ha 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 ich hab noch dummer gedanken ja ja bei gotten ne nur eben das kannst du mir nicht sagen die waffe war in deinem scheiß tz es war da gab es nicht hier ah stimmt hier gab es echt einen geheimgang wo ging der noch mal hin Ich gucke mal den Kipp auf. Was ist das? Na, was geht? Ah, du bist immer noch hier. Ja, ja. Ah, Mann! Oh, das war auch nicht Felix! Mein Karma! Es ist der Time-Up! Ah, ich hab's gewusst. Mein Karma, das war falsch! Easy peasy, Alter! Gott, Gott, das war schon passiv, mich zu töten werden. Ich wäre hier noch in den Thomas Rehn gerannt, ist, ey. Aber Noah, als Traitor, jede Gelegenheit nutzen. Ja, ja, klar. Würde ich sogar nur mein Karma wegfliegen, Alter. Ich hab's immer auch die ganze Zeit vertraut. Oh, nein! Ich weiß, alleine mit der Heal Station. Alter, 697! Ich hab 40% Damage. Alter! Ey, Jordan! Ja, bitte? Komm mal runter! Wohin runter? Äh... Kronlechterkammer. Äh... Noah? Äh, Moment! Du musst ein Beyblade sehen. Beyblade?! Warte, ich räum grad noch mal kurz den Dachboden kurz auf. Das muss ich immer am Anfang der Runde machen. Das ist mein Job. Asti, schieß gleich auf dich. So lange bleib ich hier nicht. Wir sind hier zu dritt auf dem Dachboden. Ich hab ein bisschen Schiss. Wenn ich tot bin, ist es Felix. Wenn ich tot bin, ist es Noah. Alter! Ich komm nicht weg! Wer hat geschossen? Ich. Okay, ist jemand hier unten? Max, du kannst gucken. Ja, was geht? Shotgun? Draußen. Beyblade. Was ist das? Beyblade, Beyblade, let it drip. Na toll. Wer schießt da die ganze Zeit mit der Walter, ey? Ich bin da. Oh, okay, okay. Darf ich durch? Das... Das... Okay, ich bin auf 45 AP. Nice. Oh, sorry. Alles gut. Das ist los. Wer ist nicht Detective? Ich bin nicht mehr so sicher, ob das jetzt, äh... Okay wäre, aber... Das tun's nicht so gut. Äh... Was? Pfff... Max... Alter, können wir irgendwie mal das Licht wieder anmachen? Wenn ich sterbe was, Felix. Dankeschön. Eben, nochmal, oder? Max, schmeiß ich irgendwie alles raus. Ja. Felix? Ja? Moment, erstmal muss ich nachladen. Jetzt guck mal der Beyblade hier. Moment. Ach se, das Ding ist jetzt fetzt. Oh. Dann das Ding hier. Nice. Okay, jetzt brauche ich meine normale Waffe. Boah, lebst du noch? Okay, Noah ist anstrengend. Oh, okay. Ich hab irgendwie überhaupt nicht aufgepasst, was hier so passiert ist. Alter. Ich krieg die ganze Zeit Schaden von den ganzen Props hier auf dem Dachboden und dann... Ich bin schon auf 42 AP, by the way. Nice. Äh... Ich glaube, ich hab Noah eventuell gefunden. Okay. Der ist durch einen Headshot gekillt worden. Okay. Okay. Hm. Warte, ich hab dir... In einem Schacht. Ich hab mal geguckt, während der runtergefallen ist. Ja, genau da ist Felix rein. Es gibt zwei. Ja, ich wollt's grad sagen. Ja. Genau da ist Felix grad rein. Ja. Ich weiß nicht, wer detektiv ist. Ich weiß nicht, wer detektiv ist. Ja, Georg. Da ist Felix grad rein. Da ist Georg. Ey, hier. Hier. Georg, bei dem Ding musst du aufpassen. Das ist ein Hügelbrett, was rausklappt. Und das kann ein Killen, wenn du da unterstehst. Nee. Ich verstecke mich jetzt einfach. Hey, Chris, komm hier mit rein. Hä? Nee, das ist ein bisschen gefährlich. Ja, ich hab Felix getötet, aber hä? Wo ist denn... Wehe, du bist Traitor und hörst dir an Thomas durch. Ich hasse dich dann so sehr. Oh mein Gott, halt's mal... Thomas! Felix, es war eh nur. Mann, Jordan, du dummer. Hä, warum ich? Ich bin hier bei Georg. Ja, nee, aber du hast gecallt, dass der Digga das war. Ja, weil das eigentlich logisch war. Der hatte nämlich ne Sniper und Noah lag irgendwo im Schacht. Noah war ja auch inno. Hä, aber warum hat Felix Noah getötet? Ja, aber jetzt Noah lag halt in nem Schacht mit, äh... Ja, warum hat dann Felix Noah getötet? Das ist so die Sache, die ich grad nicht... Keine Ahnung. Warte, wer lebt jetzt noch? Noah und Dings... Ist durch ein Thomas irgendwer verreckt? Chris? Chris? Okay, Chris ist glaub ich dann tot. Warte, wenn Chris tot ist. Max? Max? Also einer muss auf jeden Fall glaub ich faken. Max? Ich ball einfach jeden um, den ich seh. Äh... Nö. Ich denk ja krass, du bist so ein Wichser. Alter, alleine bin ich Georg gekillt. Hab schön mit der Plasma, ey. Felix, warum tötest du mich immer? Jedes Mal! Äh... Du hast mich so gestuckt, Daniel, leider. Das hat mich... ...genervt an die... Ja, dann sag doch einfach, geh weg! Anstatt mich an dein Headshot... Ne, das ist... Na, Bastard. Ich wünsch euch ne gute Nacht. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber Max, das war ja ein guter. Ey, du kleiner Wichser. Ich sag wirklich... Chris, wenn du mich jetzt wegmachst mit dem Thomas, ich hasse dich. Und... zwei Sekunden später kommt der Thomas. Okay, jetzt haben wir... Oh, wir haben keinen Detective mehr. Nice. Hier ist meine Fekte. Nice? Ich find das eigentlich mit Detective ganz gar... Basti, Alter. Oh, ich bin schon wie... Felix. Basti! Felix? Hier, jeder darf mal ran an die geile... Matilda. Alter... Soll ich mal was vom Dachboden holen, Alter? Dann müsste ich Spaß haben, Alter. Felix? Erinnerst du dich noch an die... ...an die... ...an die Wanner? Noa? Kannst du mich... ...da rausholen? Alter, Basti! Gleich stirbt hier wieder, ey! Wenn ich tot bin, das ist Noa. Wo kommt der Titan hier? Oha. Oh, irgendwas... Kronleuch... Ne. Oh, der Kronleuchter! Läuft. Beide. Ich frag mich, was passiert, wenn die jetzt runterfallen? Ich glaub, die fallen einfach drunter, aber... Irgendwär ist runtergefallen. Felix, ich hab irgendwen hier runtergeschleudert mit Basti. Wie schmeißt man diese scheiß Kronel hier tut? Das ist so ne Traitorfalle, oder? Ja, das ist ne Traitorfalle. Und die tötet dich immer, wenn du drunter stehst, oder wie? Ja, auch ein fetteres Ding. Ich glaube, es ist Noa, weil der weiß das eigentlich. Und der labert gerade einfach scheiße. Gut, wenn du meinst, töne mich. Gib mir nen Headshot, komm. Felix! Du weißt ja genau, wo ich bin. Kannst du mich bitte rausholen? Alter! Bitte? Ich bin jetzt da im Keller. In dieser Wanne, wo wir vorhin waren. Ja, okay. Oh, no, no. Richtig ungeil. Ah, danke. Max, du süß! Soll du nur um dich zu verarschen, Digga! Soll du nur um dich zu verarschen? 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 Soll du nur noch Max leben? Nur noch Max leben? Ich hab extra an dir vorbeigeschossen. Max, mein Guter. Ach, der Noa hat mir schön was überlassen, so. An seinem tollen Loot. Dann laden wir immer damit nach. Max, wo bist du, mein Guter? Ah, okay. Du musst ja eigentlich... Ah, okay. Dann hast du das. Ah, ich weiß, was wir machen. Alter. Nice. Das Ding ist... Ey, ohne Witz, ne? Bas, das ist Max, ey, Noa so heftig gesaved, ne? Weil du mit dem Scheiß, mit dem du da rumgelaufen bist, du hast jeden Schuss geblockt von mir. Ja, gar kein Problem. Digga, aber ich wusste wirklich nicht, was der Scheiß Kronleuchter macht. Ja, aber alleine dieses Jahr, der töte mich doch, Alter. Du bist immer so provokant. Hättest du dich nicht gesaved, hätte ich dir halt echt im Kopf geschossen. Ich wusste, dass du mich abschießen wirst, dass war ich ja angefangen zu schießen. Verzweiflungsaktion. Sieht aus. Felix, komm mal mit. Ich hab Angst. Machen wir die Aktion, die du und... Och, ne. Leider nicht. Ich mein eigentlich, ob wir die Aktion machen, die du... Ich bin mal kurz aufgar. ... oder am Anfang der Runde nebeneinander stellen. Okay, auf Wiedersehen. Willst du die Shotgun aufheben? Okay, dann geh ich hier lieber raus jetzt. Was, Shotgun? Wer sagt das? Ja, unten im Keller. Alter. Ich komm. Ist doch, guck mal. Oh, ne. Ich hab schon einen Shotgun. Wenn ich tot bin, ist es Chris. Noah? Aber was, wenn du da neben bist. Hey, Chris, Chris. Ja. Alter. Nö, irgendwie, nö. Weg. Also gut, ich bin bei... Ich bin bei Jordan. Ja, erstmal einen schönen Schiss. Moment. So einen Sprühschiss. Ja, ja. Warte. So. Richtig schön gesprengelt, die Schlüssel, Alter. Felix, ich bin wieder hier oben. Stream real life. Felix, 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 Felix. Ja, Felix war's. Oh. Ich würde mal sagen, ich rufe, aber wir haben... Ey, lustig wäre es, wenn man die Leiche an Kronleuchte anbinden würde. Haha. Was ist die? Ich schieß. Uff, 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 uff. Hey, Scary, meine Freunde. It's your boy, Skinny Penis. Äh, okay. Noah ist, glaub ich, gerade runtergeklatscht irgendwo. Hm. Wie sieht eigentlich dieses Item aus, damit man die Identität klauen kann? Was? Tja, Alter. Willst du jetzt Max Identität klauen, oder was? Nein, aber trotzdem. Willst du einfach wissen, da... Steals Players Identity. Ähm. Aus Leben noch zwei Leute. Ah, Fakt, bin ausgetappt. Dann kaufe ich mir mal kurz ein Radar. Äh. Okay. Aha. Ja, das wird lustig. Irgendeiner von euch camped in einem Raum, wo es nur eine Tür gibt. Und der Raum ist ziemlich klein, glaub ich. Wenn das... Oder? Ich hab grad wegen Stappen gehört... Brrrrrrrr. Ick. Ich... Ich blick's grad irgendwie gar nicht. War ihr jetzt? Lacht ihr wegen mir? Was ich gerade gefunden habe, oder? Nein. Was ist das? Ich höre ihn da drin umkloppen, Alter. Ey, aber das war das Geilste. Ja, also was gerade passiert ist, also Max war im Schrank drin, aber er ist AFK und wurde rausgeschmissen. Kurz bevor du die Tür aufgemacht hast. Okay, okay. Mann, ey. Jetzt haben wir nur einen Trader, wo ist Max eigentlich? Hat er was gesagt? Ja, er meint er, er ist AFK. Deswegen habe ich doch gesagt, auf Wiedersehen. Ich habe es geschrien. Thomas! Okay. Oh mein Gott, was ist hier oben denn los? Felix, ich will deine Shotgun haben. Oh nein. Mein Gott, wer war das? Das war Felix. Wer ist jetzt gestorben? Ist einer überhaupt gestorben? Weißt du nicht? Willst du deine Shotgun haben? Ja. Hier. Oh, Basti. Nein, Basti ist doch gar nicht mit drin. Ähm, Noah meine ich, natürlich. Basti, Alter. Basti. Maushaus? Maushaus? Ach, das war ja... Moment. Was? Wo? Was? Hä? Wo? Was? Hä? Wo? Ach, da. Das hört sich lustig an. Dodge Cargon. Dodge? Lies mal genauer. Dode Cargon. Oh, never mind. Ich frage mich, was das nochmal war. Bestimmt jetzt nur so. Och, nö. Fakeuelles. Alice.